Meister Skywalker! Ich will nicht mit dir reden. Ich bin vom Widerstand. Eure Schwester Leia schickt mich. Wir brauchen eure Hilfe. Hallo? Ich werde nicht aufgeben! Wir müssen da irgendwie reinkommen. Lass mich in Ruhe! Bitte, folge mir nicht mehr! Oh! 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 So hört doch, der Widerstand schickt mich. Was immer du zu sagen, es interessiert mich nicht. Aber Meister Skywalker... Bist du immer so nervtötend? Keine Ahnung. Also, was er? Ich will nicht meinen Schubbeam. Oh ja! Allora layer. Theyll 1973... Warum wollt ihr nicht hören, was ich zu sagen habe? Hör mal, du scheinst ein nettes Mädchen zu sein, aber ich bin nicht interessiert. Meister Skywalker, es geht um die Erste Ordnung. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Es ist wichtig, bitte! Hör mal, Kleiner, wie heißt du? Rey. Woher kommst du, Rey? Von nirgendwo. Niemand kommt von nirgendwo. Jaku. Na schön. Das ist so ziemlich nirgendwo. Vielleicht solltest du wieder nach nirgendwo gehen. Wenn du mir schon folgen musst, warum machst du dich nicht nützlich? Ich habe meine Milchflasche verloren. Such sie und bring sie mir zurück. Ich habe meine Milchflasche. Ich habe meine Milchflasche. Danke, Kleiner. Aber denk nicht, dass ich... Ich habe meine Milchflasche. Dr. März, ich habe meine Milchflasche. Ich habe meine Milchflasche. Ich habe meine Milchflasche. Ich kenne diesen Ort. Die Originale der Jedi-Schriften. Wieso bist du hier? Irgendetwas in mir ist immer da gewesen. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Nein. Drei Lektionen. Ich werde dich mit der Macht der Jedi vertraut machen. Und warum ihre Ära enden muss. Ich werde dich mit der Jedi-Schriften. Bist du bereit, mit deinem Training zu beginnen? Setz dich. Fühlen. Atme. Was siehst du? Die Insel. Da ist noch etwas anderes unterhalb der Insel. Ein dunkler Ort. Ruf nach mir! Wieder setze dich, Ray. Du bist direkt in die Dunkelheit gegangen. Diese Höhle. Ich muss sehen, was da drin ist. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du wirst Luke Skywalker zu mir bringen Kannst du meine Umgebung sehen? Du wirst für deine Taten bezahlen Ich kann deine nicht sehen Zu spät, du hast verloren Ich hab Skywalker gefunden Hat er gesagt, was passiert ist? In der Nacht, als ich seinen Tempel zerstörte Er spürte meine Stärke So wie er deine spürt Wer fürchtet ist? Du bist nicht allein Genauso wenig wie du Hör auf! Ist es wahr? Habt ihr Kylo Ren erschaffen? Verlass diese Insel! Sofort! Habt ihr es getan? Hör auf damit! Luke Ich muss es wissen Sag mir die Wahrheit Ich wollte ihn ausbilden Meine Stärken an ihn weitergeben Snoke hatte sein Herz bereits bekehrt Und er wandte sich gegen mich Ben! Nein! Wenn ich zu ihm gehe Wird Ben Solo sich bekehren lassen Rey Tu das nicht Dann ist er unsere letzte Hoffnung Ich vernichte das alles hier Wenn Solo verloren du hast Rey Verlieren dürfen wir nicht Ich muss mit Ben reden Ich weiß es ist noch Gutes in ihm Ich weiß Jui Aber ich muss es versuchen Changing Nimm Also Zック Z luck ? Das war's für heute. Du musst das nicht tun. Ich spüre den Konflikt in dir. Er zerreißt dich förmlich. Mein Gewissen ist rein. Nein, es schmerzt noch. Ich spüre es. Es schmerzt noch? Na, äh, darf ich das für Sie erledigen, Mr. Kylo und Sir? Ist das deine übliche Aufmachung? Wir treffen den obersten Anführer. Ich habe mich angemessen gekleidet. Ich habe durch die Macht zu kommunizieren erfordert, kein Hemd zu tragen. Also, es hatte mich halt kalt erwischt. Genug jetzt. Der oberste Anführer erwartet dich. Ich wette, er hat einen Hemd an. Scheint, als würden wir den Widerstand schon ewig verfolgen. Können wir sie nicht einfach in die Luft sprengen oder so? Ich verstehe es nicht. Wir besitzen nicht alle die Macht, Kumpel. Hast du keinen Respekt für echtes Handwerk? Ach ja, warum funktioniert es nicht einfach? Großartig Schlachtschiff. Schlechte Verkabelung. Von einem Java-Verkabelung. Als wir uns an den Händen fassten, sah ich deine Zukunft. Nur den Umsatz. Du wirst dichs nur gut wollen. Du wirst entsagen. Ich werde dir dabei helfen. Ich habe auch etwas gesehen. Und bei dem, was ich sah, wusste ich, wenn der Moment gekommen ist, wirst du gekehrt werden. Du wirst an meiner Seite stehen, Ray. Inkompetentes Wartungspersonal. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen das reparieren lassen. Schließ dich mir an und wir reparieren es. Ich weiß, was du da versuchst. Schließt du dich doch mir an und wir reparieren es. Wenn wir es nicht zusammen reparieren? Klar. Aber du wirst dich mir anschließen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Du kannst dem obersten Anführer erklären, warum du unsere Küche zerstört hast. Ach, das war meine Schuld. Geh rein. Junge Ray. Komm näher, Kind. Ihr unterschätzt Skywalker und Ben Solo und mich. Mein würdiger Schüler, Sohn der Dunkelheit, rechtmäßiger Erbe des Lord Vader, erfülle dein Schicksal. Ich weiß, was ich zu tun habe. 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 Oh, stop the pass! Rey, alles in Ordnung? Ja, mein Gott! Ja, mein Gott! Tung Rey! Alles gut! Alles okay, Dabu? Mach dir um mich keines haben! Aaaaah! Rey, pass auf! Ihr dürft alle Helm tragen! Ray, mach dich bereit! Ray, ich brauche dich! Wof! 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 Oh! Ha 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 ha! Ah! Die Flotte! Wir können die Flotte immer noch retten! Ray! Verbünde dich mit mir. Wir können gemeinsam herrschen und der Galaxis eine neue Ordnung bringen. Tu das nicht, Ben. Komm mit mir. Finn, Horrodo macht die Transporter startbereit. Sie hat vor, den Kreuzern zu verlassen. Habt ihr den Meister-Code-Knacker gefunden? Na, wir haben einen Code-Knacker gefunden. Du kriegst das doch hin, oder? Wir tarnen uns in Anflug, dann sind wir nicht auf ihren Schirmen. Wir müssen uns in Anflug, dann sind wir nicht in Anflug. Können Sie uns wirklich nicht sehen? Es ist alles gut. Und wenn nicht, ist es eher schon zu spät.